Weißt du eigentlich, dass es zwei unterschiedliche Reinwasserfiltersysteme von Unger gibt? Es gibt zum einen den Deionisierungsfilter, kurz DI-Filter, und zum anderen den Umkehrosmosefilter, auch RO-Filter genannt. Bei beiden Varianten handelt es sich um hochprofessionelle, zuverlässige und trotzdem leicht zu bedienende Filtersysteme. Welcher Reinwasserfilter jetzt für deine Einsatzzwecke genau der richtige ist, hängt grundsätzlich von zwei verschiedenen Faktoren ab. Von der Wasserqualität in deiner Region und von der Nutzungsfrequenz, in der du Reinwasser einsetzen willst. Fangen wir mit den DI-Filtern an, die bei Unger Hydro Power Ultra heißen und das Leitungswasser mithilfe von Ionen-Austauschharz entmineralisieren. Sie sind ideal, wenn du in Gegenden mit weichem oder mittelhartem Wasser arbeitest oder Reinwasser nur gelegentlich nutzt. Das Harz ist hier ein Verbrauchsmaterial und muss regelmäßig gewechselt werden. Unsere DI-Filter sind so entwickelt, dass du die vorportionierten Ultraharz-Packs im Handumdrehen wechseln kannst. Der Vorteil, die Anschaffungskosten für den Hydro Power Ultra sind vergleichsweise niedrig. Die laufenden Kosten für die Ultraharz-Packs hängen von deinem individuellen Wasserverbrauch und der Wasserhärte ab. Das Hydro Power RO-Filtersystem von Unger ist die erste Wahl für dich, wenn du in Gegenden mit hartem oder sehr hartem Wasser arbeitest oder häufig Reinwasser nutzt. Denn mit der etwas anspruchsvolleren Technologie der Umkehrosmose hast du kaum laufende Kosten. Die hochwertigen Filterkomponenten haben eine sehr lange Lebensdauer und müssen nur selten getauscht werden. Das heißt, die Investition in dieses äußerst zuverlässige System hat sich schnell amortisiert. Bei Unger kannst du also genau den Filter wählen, der für deine Nutzungshäufigkeit und deine regionale Wasserqualität der richtige ist. Es versteht sich von selbst, dass du mit beiden Reinwasserfiltern hervorragende Reinigungsergebnisse erzielen wirst. Versprochen! Mach einfach deinen persönlichen Filtercheck mit dem Unger Reinwasserkalkulator auf unserer Website. Dann triffst du garantiert die für dich optimale Wahl. Mit dem Reinwasserreinigungssystem von Unger machst du einfach alles richtig. Versprochen! Vereinbare am besten noch heute einen Beratungstermin. Mehr erfährst du hier.